Guten Tag, ich bin Sarah von Fettwet-Litzenbüsch. Heute möchte ich ein Rocky Road für Aufstrennen. Das ist ein Chocolates-Tablett, für alle Sachen, die man am allerliegsten hat, und eventuelle Rechte, die man noch für Aufstrennen hat, einfach rausbacken kann. Alles! Ich wünsche mir mein Lieblings-Fettwet-Schokolade für 500 Gramm mit ein bisschen Butter und nicht schmilzt man die Obermarie. Unser Schokolade ist quasi geschmolzen und eine schöne Läufe von der Blockfisch. So, du könntest es spaßig in dir anfangen. Wir machen alle eure Zutaten dran. Porosingen, poros Nis, die könntest du Marshmallows dran machen, was es ganz wieder wird. Ich gebe schüßt, als kleinen Tipp, ein bisschen meine Farbes-Sachen dran machen, weil es gesagt, du noch nicht flott ist. Und nun rühren wir das Ganze noch. Ich mache noch ein paar Marshmallows dran, weil ich sie so gerne nenne. So, wenn wir so machen, als Backform wollen, Backpapäuer dran, dann machen wir unser Schokolade dran, und als Deko, als Fettwet-Jesische und Öster eher. Und dann haben wir einen wunderschönen Rocky Road für Österen. Und so sieht das aus. Und wir hören noch eine Mengen. Hier ist es schon. Und machen wir uns sehr gut drauf. So, das ganze stelle Marlot im Frigo, während ungefähr 4,5 Stunden. So, das war der fertige Resultat. Nur eine Feier für eine Stunde in der Frigo. So, ich mache mal eine ganze Summe. Richtig lecker. Ich hoffe, die hat Spaß drühen. Bis nichts. Ja. 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 Ja.